Mit dem Mut der Verzweiflung flieht Anna Choryowa aus einem sowjetischen Gulab. Über Finnland gelangt sie schließlich nach Amerika. Endlich in Freiheit will die junge Frau ein neues Leben anfangen. Aber der amerikanische Geheimdienst überredet Anna zu einer gefährlichen Mission. Sie soll helfen, den Top-Agenten Alex Slansky in Moskau einzuschleusen. Ihr Auftrag könnte den Verlauf der Geschichte für immer verändern. Doch in den Zeiten des Kalten Krieges ist das Unterfangen der CIA höchst riskant. Aber die Belohnung, die Anna winkt, ist mit allem Gold dieser Welt nicht aufzuwiegen. Die Freiheit ihres eingesperrten Kindes.